Da Dings hin muss, ne Kiste wo ja das rauskommt Warte Aaaaaaah Warte Weiß, aus... ...smov... ...aus stone Ahja Mhm 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 Scheiße, weiter da ein bisschen Da Freddy, ich glaub du kriegst Schaden A-A so und ein Glas dazwischen Ich bin nicht auf dem Test, das ist ein Verletz-Sombie. Ja, ich bin nicht auf dem Test, das ist ein Verletz-Sombie. Was machst du jetzt? Die Kabel eigentlich rückt, verlegt. Was? Ich glaube besser ist. Also Engine hat er ja. Ja, das ist gerade wenig. Das ist Energy, nicht Engine. Ach so, ich muss auch klar. Ich muss einfach nur warten, sondern mit dir sein. Meins? Ja, was ist die Ideal? I don't know. Ja. Sollen wir einfach mal warten? Ja. Dann geht das aus. Hätte ich auch von unten die Kabel machen können, das hätte dann besser ausgesehen. Ist jetzt auch egal. Bisschen E-Bold oben oder so. Naja, wir probieren jetzt hier nur alles aus, gell? Äh. In der Testlager. Äh, da draußen ist es explodiert. Hm? Da draußen ist es explodiert. Was? Da draußen ist es explodiert. Was? Ach, sag bloß. Was bedeutet das Work 19 von 900 WK? Hm. Wie kamst du denn auf das Gerät überhaupt? Haben wir schon für, äh, den Spray gesehen. Wer repariert beim Bogen mit Holz, oder? Äh, ne, mit dem Bogen. Aber so, im Ende geht es nicht mehr, wie? Wie meinst, also, wie du einen Bogen verbesserst? Also, als du wieder heil machst. Ja. Und mit nem Bogen. Ohne Envil geht das nicht, oder wie? Ja, natürlich mit Envil, wenn er halt verzaubert ist, dann mit dem Envil. Reparieren. Ja! Achso, ne, ne, das geht nicht. Sag's doch einfach, einfach. Geht doch. Ja, ne, ne, ne. Ich muss jetzt wieder zubauen. Oh! Ja, ne, ne. Ich muss jetzt wieder zubauen. Oh! Heimstone Transport Pipes gemacht. Oh Gott. Pff. 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 Heidelberg, der immer noch braun. Pff. Na, ich muss sie langsam ausgehen. Hm? Na, ich muss sie langsam spielen. Hm? Hm? Ist doch scheißegal, ob sie sie... Ah, wir gehen schlafen. Achso, können wir nicht. Ich wetten, die braucht noch irgendwas. Geh bitte? Die, die braucht noch irgendwas. Na, was, hab ich mir. Sicher, dass die so unter, unter Wasser sein muss? Keine Ahnung. So, erst mal so viel genutzt. Ich hab doch durch Videos drüber angeguckt. Hüße. Ich hab ja Let's Plays angeschaut, wie benutzt wird. Achso. Wurste schon richtig zuhören. Boah, ich mein Gehirn. Mein Gehirn, ja. Mein Gehirn ist auch nicht mehr das Beste. Pff. Hm. Du hast ja verstopft deine Arten so scheiße. Mhm. Du kannst einfach nichts machen. Nee, kaum was. Außer verrecken. Nee, das tust du lieber nicht. Boah, leck mich. Ich weiß, was ich jetzt mach. Hm. Unterhalt mich jetzt ein bisschen. Was? Mit wem? Du hast sie lassen. Du hast sie lassen. Okay. Okay. Du kannst ja weiter meinen, oder? Ähm. Wir wollten es machen, aber ja. Nee, ich mein, wir haben ja gesagt, dass wir es nicht machen. Ja. Ja. Oder? Ja, genau. Okay. Wolltest du ja nur mal sicherstellen. Ja, genau. Aber, hey, ich würde einfach sagen, dass wir hier einfach eine Aufnahmepause machen. Ja, kann man machen. Ja. Und dass wir uns dann, weil ich, wenn wir Videos über den Fischer angucken, ich mich voll uprage über das, was im Neto passiert ist. Da. Leute, was das jetzt? What? Du hast jetzt nicht ernsthaft auf dem Computer gebaut. Ähm. Leute, ich kann da sehen, was du da eintippst. Äh. Warte, warte, warte. Schau mal, schau mal weiter zu. Da. Hör auf damit! Du musst doch mal auf! Scheiße! Und wie steuerst du? Äh, Steuerkreuz. Hach? WRSD. Steuerkreuz. Was? Was zum f*** ich Steuerkreuz? Hä? Was zum f*** ich Steuerkreuz? Hä? Wie falsch hast du? Achso. Yeah! Mann, bist du schlecht! Ey, was machst du jetzt? Der Kapitel. Nee! Wie hast du den gebaut? Ganz einfach. Warte, ich brauche auch einen. Nee, 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 nee. Doch. Ich bin eh schneller wie du. Ja, weil du weich wie es geht. Ja. Ich will gar nicht in den Weg rein, du Hornst. Ja. Ja. Bitte schön. Hm, danke. He 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 he. Kannst schon mal das Ränder dran fangen. He he he. Alter, hier fliegt eine scheiß Schlinge. Hallo. Hallo, world. Hallo, world. What's going on today? Da steht er. Bo. Cut. Down. Shadow. Down. Goodbye. Lord. Das ist schon... Craft OS. Das ist schon 5. Loppiwitz. Also, ich würde dann trotzdem sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Doch, 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 doch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.